Haben Sie gerne Käse und auch Schokolade? Möchten Sie wissen, wie die Milch zum Käse wird? Möchten Sie mal zuschauen, wie in einer grossen Käserei geschaffen wird? Möchten Sie wissen, wie Schokolade hergestellt wird und es in einer Schokolade zu und her geht? Wir besuchen am ersten Datum die Käserei in Stein und am zweiten Datum die Schokolade in Flavin. Dort essen wir jeweils auch zu Mittag. Bevor wir dort hinfahren, treffen wir uns zum Kaffee und stimmen uns auf den Tag ein. Essen Sie gerne Käse und Schokolade? Wollen Sie mal sehen, wie diese zwei Lebensmittel hergestellt werden? Dann kommen Sie in den Kurs Schokolade und Käse. Wir besuchen am ersten Tag eine Käserei. Wir schauen, was es alles braucht, bis es aus der Milch Käse wird und welche Geräte dazu nötig sind. Am zweiten Tag besuchen wir eine Schokifabrik und lernen, was es braucht, bis es eine Schokolade gibt, wie zum Beispiel eine Schokiprüge, eine Schokitafel oder sonst etwas Süsses aus Schokolade. An beiden Tagen treffen wir uns am Morgen zum Kaffee und stimmen uns auf den Tag ein. Wir essen in der Käserei und in der Schokolade zu Mittag und natürlich dürfen wir Käse und Schokolade probieren. Und mit Strohämter und Stibitze Ddishie Vielen Dank.